Reise Tirol, das Mittagsmagazin Spezial mit Verena Volker. Herzlich willkommen zu unserer Anrufsendung am Mittwoch. Heute geht's bei uns um ein sehr umstrittenes Schulthema und um das Reizwort Muttersprache. In unseren Oberschulen gibt's ein neues Zauberwort, nämlich CLIL. Es soll das Erlernen vom Fremdsprachen regelrecht revolutionieren. Bei CLIL werden Sachinhalte in einer Fremdsprache unterrichtet, also etwa Geschichte auf Englisch oder Mathematik auf Italienisch. Die Methode wird mittlerweile an Schulen in ganz Europa eingesetzt, verbreitet etwa auch in Österreich. Bei uns in Südtirol gibt's CLIL schon länger in den italienischen Schulen und zwar schon ab der Grundschule. In den deutschsprachigen Oberschulen wurde CLIL in den letzten zwei Jahren in den vierten und fünften Klassen getestet. Offenbar haben Schüler, Lehrer und Eltern sehr gut darauf reagiert. Daher soll diese neue Form des Unterrichts schon ab der zweiten Oberschulklasse angewendet werden. Also bei Schülern ab 15 Jahren, allerdings mit klaren Begrenzungen. Nur in maximal zwei Fächern und bis maximal 50 Prozent der Unterrichtszeit. Was halten Sie vom Sachunterricht in einer Fremdsprache? Ist CLIL eine Chance zum besseren Erlernen von Fremdsprachen oder eine Gefahr für unsere Muttersprache? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter der Nummer 8, 3 mal die 0, 144 77. Auf Ihre Fragen werden zwei Expertinnen aus dem Schulbereich antworten. Zum einen die Direktorin der Meraner Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie, Veronika Rieder. Grüß Gott. Grüß Gott. Zum anderen die Mittelschullehrerin in Eppern und Kulturreferentin des Schützenbundes, Margarete Lohn. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Rieder, die Eingangsfrage geht traditionell an unsere Studiogäste. CLIL wird in Ihrer Schule in der FOP in Meran schon seit sieben Jahren angewendet. In mehreren Fächern und auch in mehreren Sprachen ganz kurz, was sind denn Ihre Erfahrungen damit? Unsere Erfahrungen sind gut. Es kommt immer darauf an, wie die Lehrperson das mit den Schülern bespricht, dass es sie nicht überfällt, dass es ihnen nicht zwingt und vor allem, dass es für die Schüler einen Sinn hat, einen inhaltlichen Sinn. Dass man ein inhaltliches Thema sinnvoll mit einer Sprache verbinden kann. Wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen, die Geografie Australiens oder eines anderen englischsprachigen Landes zum Teil auf Englisch zu machen. Dafür gibt es auch Unterlagen, mit denen die Schüler arbeiten können. Es gibt zweisprachige, also englisch- und deutschsprachige Bücher. Sehr viel zur Geografie. Wir haben zum Beispiel die Französische Revolution in der dritten Klasse auf Französisch gemacht. Es gibt deutsch-französische Geschichtsbücher aus dem Saarland, auch aus einem zweisprachigen Gebiet. Die Schüler werden dadurch natürlich mehr gefordert, das ist klar, weil sie ersetzen nicht die Muttersprache durch das Französisch jetzt an dem Beispiel, sondern sie machen natürlich beides. Also die deutschen Ausdrücke, die deutschen Fachbegriffe und auch Französisch, aber es ist für sie dann stimmig. Gute Erfahrungen machen wir auch deswegen, weil die Schüler hier einen anderen Zugang zu dieser Sprache haben. Sie fühlen sich jetzt nicht so sehr vom Sprachlehrer sozusagen überwacht, er achtet auf die Fehler, sondern sie haben einen unkomplizierteren Zugang. Sie trauen sich eher zu reden. Sie legen aber großen Wert darauf, dass der Fachlehrer schon die andere Sprache richtig beherrscht. Das erfordert also auch eine hohe Kompetenz der Lehrpersonen. Frau Luhn, Sie sind eher skeptisch, Sie sehen durch Klil die Muttersprachenkenntnisse gefährdet. Warum denn? Ja, ich habe mir gestern Pro und Contra angeschaut und als ich Philipp Achammer gehört habe, der in seinem Überschwang und in seiner fast kindlichen Begeisterung zum Thema Klil ins Schwärmen geraten ist, wäre mir fast zum Schmunzeln gekommen, wenn das Thema nicht zu ernst und ich sage fast bedenklich wäre. Die Sache ist nämlich die, dass Philipp Achammer Schullandesrat ist und deshalb auch für die Qualität der Schule verantwortlich ist. Und zu einer guten Schulqualität zählt bei Gott mehr als Fremdsprachenkenntnisse. Und ich befürchte jetzt im Augenblick, es ist ja modern und gut und auch toll, wenn man mehrere Fremdsprachen kann, dass einfach die Inhalte zu kurz kommen. Und für mich sind Sprachenkenntnisse... Aber worin besteht diese Gefahr für die Muttersprache? Ja, für mich sind Sprachenkenntnisse im Grunde genommen wie das Design einer Verpackung, die sich gut verkaufen lässt, weil das Äussere ansprechend ist. Aber ich befürchte einfach, dass der Inhalt verloren geht. Also es geht einmal um die Muttersprache, das ist ein Punkt, wo uns Fachwissen verloren geht, Fachwortschatz. Und das andere, dass uns Inhalte verloren geht. Weil ich glaube, wir lügen uns alle in den Sack, wenn wir sagen, es kann gleich gut ein Inhalt in einer Fremdsprache unterrichtet werden, zusätzlich von einem Lehrer, dessen Muttersprache das nicht einmal ist. Wir kommen auf Ihre Bedenken sicher noch im Detail zu sprechen. Wir haben schon die ersten beiden Hörer in der Leitung. Herr Ach aus Kaltern, was ist denn Ihre Position zu CLIL? Eine Chance oder ein Risiko? Ja, ehrlich gesagt, meines Erachtens eher eine Sinnlosigkeit. Es ist so, ich kann aus persönlicher Erfahrung berichten. Ich war mehrere Jahre in Rom beruflich. Und eines der Einstellungskriterien für mich war, dass ich eben deutsche Muttersprache bin und mich mit deutschen Geschäftspartnern in deren Sprache auf Deutsch auch in der Fachsprache perfekt kommunizieren konnte. Wenn wir jetzt hergehen und machen im Rahmen des CLIL-Unterrichtes Sachunterricht in Fremdsprachen, dann sehe ich genau diese Kompetenz, also perfektes Deutsch, gerade auch in Fachbereichen in Gefahr. Und das würde ich ehrlich gesagt als einen Rückschritt hinter die derzeitige Situation sehen. Danke. Diese CLIL ganz kurz in der Diskussion sehr ideologisch verbrämt. Nämlich ideologisch im Sinne eines neuen Fetisch, einer perfekten Zweisprachigkeit. Das ist eine Chimäre und wird auch immer bleiben. Nicht mal im internationalen Geschäftsverkehr wird perfektes Englisch verlangt, sondern kommunikationsfähiges Englisch. Und genauso sollte es für uns auch als Italienisch gelten. Man sollte kommunikationsfähiges Italienisch in den Vordergrund stellen und nicht irgendeinem Perfektionismus nachlaufen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ach. Frau Rieder, was können Sie dem entgegensetzen? Ich kann immer nur von den Erfahrungen unserer Schule sprechen. Und es ist nicht so, dass jetzt die eine Sprache die andere ersetzt, sondern es sind beide Sprachen. Das wäre eine Verarmung, wenn wir sagen, wir setzen jetzt die Muttersprache hintan und machen das jetzt in der anderen Sprache. Das, beide Sprachen, sind natürlich eine Herausforderung. Und das stimmt, was die Frau Lohn gesagt hat. Das wird am Anfang auch auf Kosten der Inhalte gehen. Das geht langsamer. Das stimmt. Das ist unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist aber auch, wenn die Schüler dann da hineinkommen und mit dem Lehrer zusammen weiterarbeiten, nicht durchgehen, sondern immer wieder an sinnvollen Themen, dann holen sie das später wieder auf. Vielleicht muss man auch betonen, dieser Sachunterricht in der Fremdsprache wird nicht nur in der Fremdsprache vermittelt, sondern auch immer in der Muttersprache. Also die Geschichte Australiens, um das Beispiel von vorher herzunehmen, wird auch auf Deutsch vermittelt. Ja. Und ich glaube, es schadet den Schülern nicht. Wir haben sehr viele naturwissenschaftliche Fächer, wenn sie gerade naturwissenschaftliche Begriffe, Fachsprache auch in Englisch beherrschen, weil das ist heute die Wissenschaftssprache. Wir haben schon zwei weitere Hörer in der Leitung. Wir nehmen den Herrn Tessadria aus Rentsch dazu. Bitteschön. Ja, ich kann eigentlich meinem Vorredner nur Recht geben. Was spricht denn dagegen, wenn ihm zugegebenermaßen jetzt recht verdürftigen italienischsprachigen Unterricht in der Oberschule, in der deutschen Oberschule und Deutschunterricht in der italienischen Oberschule, denn ich stelle fest, dass auch meine Kinder also nicht unbedingt sehr davon profitiert haben, sprich italienisch. Was spricht denn dagegen, dass man parallel das im italienischen Unterricht tut und nicht unbedingt ein anderes Fach auseinanderreißen möchte. Also mir wäre sehr recht, dass sich ladinische Vertreter bzw. Schulleute oder auch Eltern jetzt am Telefon melden, denn sie haben ja ein ähnliches, sie praktizieren ein ähnliches Schulsystem und mir wäre sehr gelegen, dass sie einfach zu diesem Thema ehrlich Stellung nehmen. Danke. Danke, Frau Luhn. Sie werden auch unterstützen wahrscheinlich, dass heutzutage Fremdsprachenkenntnisse natürlich unerlässlich sind. Die EU gibt ganz klar vor, dass jeder EU-Bürger zwei Fremdsprachen neben seiner Muttersprache beherrschen sollte. Prinzipiell finde ich das sehr wichtig, das stimmt. Allerdings ist der Ansatz mit diesem CLIL-Projekt also komplett nicht zu vertreten. Es gibt andere Modelle, die sehr viel besser werden. Prinzipiell gilt für mich, wenn ich jetzt das italienische betrachte, Qualität vor Quantität. Und zwar deswegen, ich habe schon in meiner Eigenschaft als Kulturreferentin des Südtiroler Schützenbundes darauf hingewiesen, unsere Maturanten haben im Durchschnitt 1700 Stunden Italienisch bis zur Matura. Wenn sie bis da nicht fließend Italienisch sprechen, dann können wir ja nicht hergehen und sagen, jetzt machen wir auch noch andere Fächer, Fachunterricht auf Italienisch, weil sie in diesen 1700 Stunden zu wenig gelernt haben. Das geht nicht, sondern da muss man mal hergehen und sich die Didaktik und die Qualität dieses italienischen Unterrichts anschauen. Aber genau, CLIL wäre ja genau so eine neue Form der Didaktik. Aber wir können nicht hergehen, die zusätzlichen Deutschstunden auch noch auf Italienisch machen, also deutscher Fachunterricht. Wir sind übrigens da auch rechtlich nicht in Ordnung, weil wir ja laut Autonomiestatut Artikel 19 den muttersprachlichen Unterricht garantiert haben. Die Sache ist die, was ist, wenn jetzt ein Schüler eine negative Not erhält und der danach sagt, ich hätte ihn positiv abgeschlossen, wenn ich das in meiner Muttersprache erklärt bekommen hätte. Ich habe mich umgehört und es ist so, bitte hören Sie genau hin, die Lehrer wissen das, sie geben keine negativen Noten, weil sie genau wissen, sie wären rechtlich nicht in Ordnung und würden bei einem Rekurs sofort verlieren. Und auch wenn wir jetzt sagen, es wird nur das Fachliche bewertet, es wird dermaßen mit dem Stoff heruntergeschraubt und die Schüler haben danach noch die Garantie, dass sie eine positive Note bekommen. Ist das Qualität des Unterrichts? Frau Rieder, können Sie diese Bedenken unterstützen oder nachvollziehen? Ich möchte dem Herrn Rentsch, dem Herrn Tessard, Entschuldigung, widersprechen. Der Italienischlehrer kann nicht Fachunterricht machen, der beherrscht die italienische Sprache, aber beherrscht auf keinen Fall die Inhalte zum Beispiel in Chemie und auch nicht die Fachsprache in Chemie. Das geht also nicht. Über die Qualität des italienischen Unterrichts ist jetzt nicht, glaube ich, die Diskussion. Artikel 19, es ist vollkommen richtig, der Schüler hat das Recht auf muttersprachlichen Unterricht und es darf auch nicht sein, dass er wegen Klill jetzt eine schlechtere Note bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ich kann, wie gesagt, immer nur aus den Erfahrungen unserer Schule sprechen. Die Überprüfung wird in der Regel auf Deutsch gemacht, weil er beides lernt. Und wenn er jetzt zusätzlich das auch in Englisch noch gut kann, dann bekommt er ein Plus, aber er wird nicht gestraft. Und er wird auch nicht schlechter benotet? Nein, weil, wie gesagt, er muss es in beiden Sprachen kennen. Das ist die Herausforderung. Wir nehmen den Herrn Steinwanter aus Doblach dazu. Herr Steinwanter? Ja, guten Tag. Wie stehen Sie zu Klill? Warum, aber... Da gibt es beispielsweise in Brummeck, in der Josef-Bachlechner-Grundschule, ein Projekt, schon seit fünf Jahren. Das ist, anders als Klill, hat aber auch, also postlich auf Holger zutage getragen. Und zwar werden da nicht Deutschstunden gestrichen, also Unterricht auf Deutsch, sondern es werden Stunden dazugenommen. Das heißt, die Eltern können entscheiden, ihre Kinder freiwillig in eine sogenannte Sprachenklasse zu schicken und die haben dann fünf Stunden pro Woche mehr Unterricht. Und dort lernen sie dann Deutsch, Italienisch, Englisch gleichermaßen. Das heißt, sie bekommen sogar zusätzliche Deutschstunden hinzu. Und das bei den Eltern, wie mir die Direktorin mitgeteilt hat, sehr gut an. Mhm. Dankeschön, Herr Steinwanter. Wir haben noch weitere Hörer. Die Frau Burger aus Bozen, bitteschön. Ja, hallo. Ja, grüß Gott. Hallo. Also, ich wollte nur meine Meinung dazu sagen. Ja, bitte. Ich glaube, meiner Meinung nach sollte schon die Diskussion darum gehen, früher sogar zu starten. Schon in der Volksschule sollten solche Projekte von mir aus durchgeführt werden, dass einfach die Schüler mit der zweiten Sprache viel mehr in Kontakt kommen und damit sich befassen müssen. Also, ich habe viele Eltern schon auch befragt oder gehört. Und also, die allgemeine Meinung ist schon so, dass die zweite Sprache einfach viel mehr eingebunden werden soll. Schon viel früher, nicht erst in der Oberschule. Danke, Frau Burger. Frau Rieder, was sagen Sie zu dieser Anregung, schon früher und nicht erst in der Oberschule? Das Pilotprojekt, wo in der vierten Klasse begonnen wurde, hat an unserer Schule ganz deutlich gezeigt, dass das nicht sinnvoll ist. Das war wirklich schon zu spät. Wir haben deswegen schon vorher in der ersten Klasse einige Projekte, in der zweiten Klasse einige Projekte gemacht. Immer langsam, damit sich die Schüler darauf einstellen können, damit der Lehrer auch sieht, geht das mit dieser Klasse. Weil wenn es nicht geht, dann hat er die Pflicht, zurückzugehen von der Methode. Da muss er mit einer anderen Methode unterrichten. Es geht um das Lernen der Schüler. Was die Freiwilligkeit anbelangt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn es möglich ist, dass man Parallelklassen hat und die Schüler wählen können, beziehungsweise auch die Eltern, dann würde ich das auf jeden Fall befürworten. Wir haben das auch ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, wo die Oberschule fünf Stunden mehr für die Sprache hernehmen soll, wie das Herr Steinwander gesagt hat, weil dann müssen wir den Fachunterricht kürzen. Frau Luhn, Sie wollten noch etwas dazu sagen. Ich wollte Ihre Wortmeldung von vorhin noch etwas dazu sagen. Und zwar sagen Sie, ein Italienischlehrer kann nicht Chemie unterrichten, weil das ja nicht sein Fachgebiet ist. Ich finde es viel bedenklicher, wenn ein Deutschlehrer auf Italienisch Chemie unterrichten muss oder ein Chemielehrer auf Englisch, wo womöglich die Schüler zum Teil schon besser Englisch können wie er selbst. Das ist ja komplett sinnlos. Zu dem, was Frau Burger vorhin gesagt hat, es gibt Studien, die zum Teil von der EURAG durchgeführt worden sind, wie die Kolipsi-Studie und die PISA-Studie, wo das genau untersucht worden ist, wie sinnvoll es ist, früh mit dem Unterricht in der zweiten Sprache zu beginnen. In der italienischen Schule gibt es das schon viel länger. Und es ist sehr interessant, wie die italienischen Schulen und die deutschen Schulen jeweils in der PISA-Studie abgeschlossen haben. Die deutschen Schulen mit Abstand besser in allen Bereichen, die getestet worden sind, Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Die italienischen Schulen in Südtirol alle unter dem OECD-Durchschnitt. Und das zeigt auch auf, dass da von der Qualität her große Unterschiede bestehen. Und wie Landesrat Achammer jetzt dazu kommt, den Klil-Unterricht als etwas so Tolles zu verkaufen, wo es keine Studien gibt, das finde ich sehr bedenklich. Und es kann ja nicht meine Aufgabe sein, ihn darauf hinzuweisen, dass er für die Qualität der deutschen Schule verantwortlich ist und die nicht zu einem Sprachinstitut degradieren kann. Noch kurz, die Frau Direktorin Rieder, dann nehmen wir wieder zwei Hörer dazu. Frau Rieder, das Pilotprojekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, das wurde sehr wohl ausgewertet. Das steht ja auch, da nimmt der jüngste Beschluss der Landesregierung auch darauf Bezug. Was die Sprachkenntnisse der Lehre anbelangt. Selbstverständlich kann kein Lehrer einfach auf Englisch unterrichten, wenn er nicht gut Englisch kann. Es ist nur so, dass die, vor allem die jüngeren Lehrpersonen, das zum Teil auf der Universität schon gelernt haben, in der englischen Fachsprache. Einmal. Und zum Zweiten, das würde es sich der Lehrer ja auch nicht zutrauen, zum Zweiten sind die Schüler sehr kritisch. Sie sagen schon, also wenn wir diese zusätzliche Mühe, das in zwei Sprachen zu lernen, auf uns nehmen, dann muss das aber auch in der zweiten Sprache gut sein. Und zum Dritten gibt es ja für Klil auch eine eigene Ausbildung. Es wird in Zukunft so sein, dass nur Leute, für Lehrer, dass nur solche Lehrer das unterrichten können, die die Ausbildung haben. Ja gut. Zwei Hörer warten schon lange in der Leitung. Der Herr Töchterle aus St. Lorenzen, bitteschön, jetzt sind Sie dran. Ah, grüß Gott. Ich möchte gleich sagen, man muss für alles, für alles Fremdwörter finden und in der Schule so weitermachen. Na, das schwenkt null, vollkommen recht, wenn das verkaufte Heimat ist. Sie sind also mehr als kritisch. Ja, wir nehmen gleich den Herrn Strobl aus Grieß dazu. Bitteschön, Herr Strobl. Ja, grüß Gott. Ich wollte erinnern, dass die erste Schulreform war von Kaiserin Maria Theresia. Sie hatte drei Jahre Pflichtschule plus ein vierter Jahr und da war verpflichtet Zweisprachigkeit. In Tirol war Deutsch, Italienisch, in Kärte war Slowenisch, Deutsche, im Bürgerland Ungarisch und Deutsch. Die zweite Schule war, unsere Väter waren natürlich in Tirol, ein oder zwei Jahre im Gymnasium Rovereto zu absolvieren und die Welttiroler sind nach Hall in Nordtirol gegangen, Deutsche zu lernen. Das war die normale Praxis bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann kommt die mitteleuropäische Methode, das heißt, wenn in der Familie, man muss die Sprache lernen, das heißt, wir sind in Frankreich gegangen und für diese zehn Tage muss in der Familie nur Französisch sprechen oder Englisch in England. Man muss auch in der Familie nur Englisch sprechen. Das ist die einzige alte Methode, da man war ohne Computer oder nicht und die Leute haben sich wunderbar die Sprache gelernt, ohne Probleme und so weiter. Man muss nicht alle von der Schule verlangen und sehr schwierig, ein fächer Unterricht in einer Sprache, wo das selber den Menschen nicht beherrschen. Danke, Herr Strobl, Frau Luhn. Also nicht nur die Schule als Sprachverwitter? Ja, da sind natürlich auch die Eltern gefordert, ihre Eigenverantwortung. Sie müssen sich auch darum kümmern, dass ihre Kinder außerhalb der Schule die Möglichkeit haben, diese Sprachen zu lernen. Zum Sprachunterricht ist nur noch zu sagen, dass im Artikel 19 explizit steht, dass auch der Lehrer in der Provinz Brotzen wird der Unterricht in der Muttersprache der Schüler von Lehrkräften erteilt, für welche die betreffende Sprache ebenfalls Muttersprache ist. Also sind wir da in doppelter Weise nicht legal. Wir nehmen einen letzten Hörer herein, das ist der Herr Obkircher aus Fölzer Eicher. Bitte schön. Ja, ich habe gestern die ganze Sendung Pro und Kontra verfolgt und nachher ist mir viel gekommen. Nein, der Achammer kann das nicht kapieren, was Klil genau ist, aber der Arno schon. Aber der Arno muss ganz genau wissen, wie es mit den Leuten in Greden ist, die super gescheiden, das haben keinen drei, vier, fünf Sprachen. Und der normale Bürger von Greden kann nicht ansprechen. Ich weiß nicht, ob es den Klil gab oder nicht Klil. Wir kommen von vier. Der Arno müsste mindestens da mitkommen. Aber der Achammer von selben erwarten wir schon nicht ganz viel. Weil es gibt Sachen, die man nicht verstehen kann und nicht will. Ja, danke schön, Herr Obkircher, für Ihre Wortmeldung. Vielleicht eine letzte Frage an meine beiden Gäste im Studio. Frau Rieder, in welcher Form werden Sie weitermachen mit Klil an Ihrer Schule? Wie bisher oder werden Sie was verändern? Nein, wir werden weitermachen wie bisher und immer natürlich die Schüler berücksichtigen. Der Lehrer macht Unterricht mit den Schülern in einem Fach und nicht Unterricht und dann sollen die Schüler schauen, wo sie bleiben. Das ist eine ganz wichtige Prämisse. Und in dem Fall muss der Lehrer sehr flexibel sein. Wir haben nicht die zweisprachige Schule, nicht die mehrsprachige Schule, sondern wir bieten den Schülern zusätzlich einen Vorteil, dass er das, was er in Italienisch, was er in Deutsch kann, dass er das dann auch in Italienisch sagen kann. Zum Beispiel Betriebswirtschaft, bestimmte Fachausdrücke, die sind italienisch, weil wir im italienischen Staat wohnen, desgleichen Rechtsgrund und so. Also ich sehe ganz stark die Sinnfrage damit verknüpft. Und nicht einfach das Prinzip, das muss jetzt durchgehend nur in dieser Sprache sein. Das wäre pädagogisch auch nicht vernünftig. Frau Luhn, würden Sie CLIL befürworten, vielleicht unter bestimmten Bedingungen? Absolut nicht, weil absolut nicht der deutschsprachliche Unterricht, der Fachunterricht gekürzt werden darf. Auch ich sehe die Sinnfrage damit verbunden, wieso sollen wir hergehen, Fachwissen kürzen aufgrund von anderen Sprachen. Also man muss die anderen Sprachen in diesen Stunden lernen und nicht Fachunterricht kürzen. Das war unsere Anrufsendung am Mittwoch. Wir sind schon am Ende. Wir haben gefragt, ob der Sachunterricht in einer Fremdsprache, kurz CLIL genannt, ein Risiko oder eine Chance ist. Ich bedanke mich bei den Anrufern fürs mitzudiskutieren und bei meinen Studiogästen, der Direktorin der Meraner Fachoberschule für Tourismus, Veronika Rieder, und der Mittelschullehrerin. Ich bedanke mich bei den Kurschulehrerin.